Heute haben wir im Plenum das Krankenhauszukunftsgesetz beraten. Das ist ein Gesetzentwurf der Großen Koalition und wurde von dieser auch als den entscheidenden Wurf für das Modernisieren der Krankenhauslandschaft initiiert. Und ging auch heute durchs Plenum, also der Gesetzentwurf, dem wurde zugestimmt, allerdings nicht von unserer Fraktion. Warum eigentlich nicht? Denn wir wollen natürlich auch, dass sich die Krankenhauslandschaft verbessert. Aber wie der Name schon sagt, Zukunftsgesetz müsste auch Elemente enthalten, die auch zukünftige und strategische Belange enthält. Deswegen haben wir auch einen Antrag dazu gestellt, um genau diese Dinge zu korrigieren. Dieser Antrag sieht vor, das überflüssige Krankenhausabrechnungssystem, was wir derzeit haben, das DRG-System tatsächlich abzuschaffen. Da es ja eh schon nur noch ein Rudiment ist, weil man die Pflege komplett herausgenommen hat. Im Grunde genommen ist das eingetreten, was die Kritiker, und die waren nicht wenige, 2003, 2004 schon gesagt hatten, das DRG-System wird die Kosten für drei- bis vierfachen. Damals hat man noch gesagt verdoppeln, aber die drei- bis vierfachen ist in der Tat eingetreten. Das liegt daran, dass man die Patientenfälle schwerer macht, als sie eigentlich sind, dass man im Prinzip die Prozeduren damit hochtreibt und damit natürlich erhebliche Profitoptimierung anstrebt. Das Problem ist, dass nur einige wenige Krankenhäuser davon profitieren, diese spezialisieren. Die Fläche profitiert von diesem System nicht, sondern kämpft jeden Tag ums Überleben. Gerade jetzt in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass die kommunalen Krankenhäuser eben nicht vorbereitet waren. Deswegen haben wir gesagt, wir würden dieses DRG-System abschaffen und ersetzen durch ein prospektives, regionales, pauschales System. Der Vorteil daran ist, dass man hier regionale Komponenten viel stärker in den Fokus bringt und diese regionalen Komponente fast tagesgleich anpassen kann und damit prospektiv, also praktisch vorher, die Krankenhäuser mit Liquidität versorgt. Angepasst an die jeweilige Situation. Das ist flexibel, zukunftsorientiert und natürlich auch vor allen Dingen strategisch. Denn der Markt im Krankenhausbereich, der wird in der nächsten Zeit viel, viel schwieriger werden, weil wir weltweit uns auch hier behaupten müssen. Und wir hoffen, dass Deutschland weiterhin so eine gute Gesundheitsversorgung anbieten kann, wie es bisher der Fall war.